Die Aktien von Alphabet, der Muttergesellschaft von Google, schrieben Geschichte, als sie Rekordwerte verzeichneten, und zwar aufgrund 29-prozentiger Gewinne, die durch Werbung generiert wurden. Gestern hat der Konzern Alphabet seine von den überraschten Mitgliedern der Wall Street als außergewöhnlich beschriebenen Gewinn- und Ertragsergebnisse veröffentlicht. Es scheint, als ob die digitale Suchmaschine auch im Bereich der digitalen Werbeszene dominiert. Der leichte YouTube-Skandal aus dem vergangenen Monat, der mehrere große Unternehmen dazu bewegt hat, ihre Werbeangebote mit dem Service zu suspendieren, hat den Internet-Riesen-Alphabet nur wenig beeinflusst. Sundar Pichai, der Geschäftsführer, ist optimistisch und findet, dass das Schlimm ist.